Und damit herzlich willkommen bei Selbstorientiert. Ich bin David und zusammen schauen wir uns heute das Thema der deutschen Frage im 19. Jahrhundert an. Viel Spaß beim Video. Die Rolle Preußens und Österreichs im Deutschen Bund war ein zentrales Thema der politischen Landschaft Deutschlands im 19. Jahrhundert. Der Deutsche Bund, 1815, nach dem Wiener Kongress gegründet, war ein loser Zusammenschluss der deutschen Staaten unter der Führung Österreichs. Preußen, das ebenfalls ein bedeutendes Mitglied des Bundes war, strebte jedoch eine andere Vision der deutschen Einheit an. Dieses Spannungsverhältnis prägte die politische Entwicklung Deutschlands bis zur endgültigen Einigung im Jahr 1871. Der Deutsche Bund war ursprünglich als Mittel zur Aufrechterhaltung des europäischen Gleichgewichts und zur Verhinderung der Hegemonie eines einzelnen Staates konzipiert. Österreich, das traditionell eine führende Rolle in Mitteleuropa spielte, übernahm den Vorsitz des Bundestags, des zentralen Organs des Bundes. Preußen, das nach den napoleonischen Kriegen an Macht gewonnen hatte, war ebenfalls ein bedeutender Akteur im Bund und verfolgte eigene politische Ziele. Diese Konstellation führte zu einem ständigen Wettbewerb und einer wechselhaften Allianz zwischen den beiden Mächten. Ein wesentlicher Unterschied zwischen Preußen und Österreich bestand in ihrer territorialen und ethnischen Struktur. Während Preußen ein weitgehend homogenes, deutschsprachiges Territorium beherrschte, war das Habsburger Reich ein Vielvölkerstaat mit einer Vielzahl ethnischer Gruppen. Diese Unterschiede hatten tiefgreifende Auswirkungen auf ihre jeweiligen nationalen Ziele. Preußen befürwortete eine kleindeutsche Lösung, die eine Vereinigung der deutschen Staaten ohne Österreich vorsah, während Österreich eine großdeutsche Lösung anstrebte, die alle deutschsprachigen Gebiete unter einer gemeinsamen Führung vereinen sollte. Die Rivalität zwischen Preußen und Österreich manifestierte sich in verschiedenen politischen und militärischen Auseinandersetzungen. Die Revolutionen von 1848, die durch ganz Europa fegten, brachten diese Spannungen deutlich zum Vorschein. Die Frankfurter Nationalversammlung von 1848-1849, die eine gesamtdeutsche Verfassung ausarbeiten sollte, stand vor der schwierigen Entscheidung zwischen einer kleindeutschen und einer großdeutschen Lösung. Letztlich scheiterte die großdeutsche Lösung an den politischen Realitäten und die kleindeutsche Lösung, die eine preußische Führung vorsah, gewann an Boden. Ein entscheidender Wendepunkt in der Beziehung zwischen Preußen und Österreich war der Deutsch-Dänische Krieg von 1864. Dieser Konflikt drehte sich um die Frage der Zugehörigkeit der Herzogtümer Schleswig und Holstein. Preußen und Österreich kämpften gemeinsam gegen Dänemark und errangen einen Sieg. Die anschließende Verwaltung der Herzogtümer führte jedoch zu Spannungen zwischen den beiden Mächten, da beide unterschiedliche Vorstellungen über die Zukunft dieser Gebiete hatten. Diese Spannungen eskalierten schließlich in den Deutschen Krieg von 1866. Der Deutsche Krieg von 1866, auch als preußisch-österreichischer Krieg bekannt, war ein entscheidender Moment in der deutschen Geschichte. Preußen unter der Führung von Otto von Bismarck strebte die Vorherrschaft im Deutschen Bund an und forderte Österreichs Hegemonie heraus. Der Krieg endete mit einem klaren Sieg Preußens in der Schlacht von Königgrätz. Dieser Sieg führte zur Auflösung des Deutschen Bundes und zur Gründung des Norddeutschen Bundes unter preußischer Führung. Österreich wurde aus der deutschen Politik verdrängt und konzentrierte sich fortan auf seine nichtdeutschen Gebiete. Der Sieg Preußens im Deutschen Krieg von 1866 hatte weitreichende Konsequenzen für die deutsche Einigung. Der Norddeutsche Bund, der unter preußischer Führung gegründet wurde, war ein bedeutender Schritt in Richtung eines Vereinigten Deutschlands. Preußen dominierte die politische Struktur dieses Bundes und konnte seine Vision einer kleindeutschen Lösung weiter vorantreiben. Die süddeutschen Staaten, die zunächst skeptisch gegenüber einer preußischen Vorherrschaft waren, wurden durch diplomatische und militärische Mittel schrittweise in den Einigungsprozess eingebunden. Die endgültige Einigung Deutschlands erfolgte nach dem deutsch-französischen Krieg von 1871. Dieser Krieg, den Bismarck geschickt provozierte, schuf die notwendige nationale Begeisterung und den politischen Druck, um die süddeutschen Staaten zur Teilnahme an einem deutschen Nationalstaat zu bewegen. Die Proklamation des Deutschen Kaiserreichs am 18. Januar 1871 im Spiegelsaal von Versailles war der Höhepunkt dieses Einigungsprozesses. Wilhelm Bündemann von Preußen wurde zum deutschen Kaiser gekrönt und Deutschland war nun ein vereinigter Nationalstaat unter preußischer Führung. Die Rolle Preußens und Österreichs im Deutschen Bund und die daraus resultierende Rivalität prägten die deutsche Geschichte des 19. Jahrhunderts tiefgreifend. Österreichs traditionelle Führungsrolle wurde durch die aufstrebende Macht Preußens herausgefordert und schließlich abgelöst. Preußens Sieg und die Gründung des Deutschen Kaiserreichs markierten das Ende einer Ära der politischen Fragmentierung und den Beginn eines Vereinigten Deutschlands. Bevor es gleich weitergeht, eine kurze Unterbrechung für ein wenig Werbung in eigener Sache. Wenn du dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, empfehlen wir dir unser umfassendes Lernheft zum Thema oder unseren Abiturkurs in Geschichte. Mit detaillierten Texten, Hintergrundinformationen und Aufgaben in allen Anforderungsbereichen kannst du dein Wissen vertiefen und dich optimal auf Prüfungen vorbereiten. Auf über 30 Seiten wirst du optimal auf das Abitur vorbereitet. Schau jetzt in der Videobeschreibung auf den ersten Link und bekomme 20% mit dem Code WELCOME. Und jetzt geht es auch schon weiter mit dem Video. Die Schleswig-Holstein-Frage und ihre Bedeutung für die deutsche Einheit war ein zentrales Thema der europäischen Politik im 19. Jahrhundert. Dieser komplexe Konflikt betraf nicht nur die innerdeutschen Beziehungen, sondern auch die diplomatischen und militärischen Interessen Dänemarks, Österreichs und anderer europäischer Mächte. Die Frage, welche Nation die Herzogtümer Schleswig und Holstein kontrollieren sollte, hatte weitreichende Auswirkungen auf die politische Landschaft Deutschlands und die Dynamik der deutschen Einigungsbewegung. Schleswig und Holstein waren zwei Herzogtümer, die seit dem Mittelalter eng mit Dänemark verbunden waren, aber auch starke historische und kulturelle Bindungen zu Deutschland hatten. Schleswig war ein Lehen des dänischen Königs, während Holstein Teil des Deutschen Bundes war. Diese duale Zugehörigkeit führte zu Spannungen, da viele Deutsche die Eingliederung der Herzogtümer in einen vereinten deutschen Staat anstrebten. Gleichzeitig wollte Dänemark seine Kontrolle über diese strategisch wichtigen Gebiete nicht aufgeben. Die Schleswig-Holstein-Frage eskalierte erstmals 1848, als in den deutschen Staaten revolutionäre Bewegungen ausbrachen. Nationalistische und liberale Kräfte in Schleswig und Holstein forderten die Unabhängigkeit von Dänemark und die Vereinigung mit Deutschland. Diese Bestrebungen führten zu einem Krieg zwischen Dänemark und den deutschen Staaten, der jedoch mit einem dänischen Sieg endete und die Herzogtümer unter dänischer Kontrolle hielt. Die Konflikte flammten jedoch erneut auf, als Dänemark 1863 versuchte, Schleswig enger an sich zu binden, was als Verletzung internationaler Abkommen angesehen wurde. Der deutsch-dänische Krieg von 1864 war der nächste entscheidende Schritt in der Schleswig-Holstein-Frage. Preußen und Österreich, die beiden führenden Mächte im Deutschen Bund, erklärten Dänemark den Krieg und besiegten es nach kurzer Zeit. Dieser Sieg führte zur Unterzeichnung des Friedens von Wien, der die Herzogtümer Schleswig und Holstein unter die gemeinsame Verwaltung von Preußen und Österreich stellte. Diese Lösung war jedoch nur eine Zwischenlösung und trug die Saat für zukünftige Konflikte in sich. Die gemeinsame Verwaltung der Herzogtümer durch Preußen und Österreich erwies sich als problematisch. Die unterschiedlichen Interessen und politischen Ziele der beiden Mächte führten schnell zu Spannungen. Preußen, unter der Führung von Otto von Bismarck, sah in der Kontrolle über Schleswig und Holstein eine Möglichkeit, seine Position im Deutschen Bund zu stärken und die deutsche Einigung unter preußischer Führung voranzutreiben. Österreich hingegen wollte seinen Einfluss in Mitteleuropa bewahren und war gegen eine Vorherrschaft Preußens. Diese Spannungen kulminierten im Deutschen Krieg von 1866, auch als preußisch-österreichischer Krieg bekannt. Der Konflikt begann, als Bismarck die Administration der Herzogtümer nutzte, um Österreich zu provozieren und zu isolieren. Preußen stellte Österreich ein Ultimatum und begann nach dessen Ablehnung mit der militärischen Mobilmachung. Der Krieg endete mit einem schnellen und entscheidenden Sieg Preußens in der Schlacht bei Königgrätz. Dieser Sieg führte zur Auflösung des Deutschen Bundes und zur Gründung des Norddeutschen Bundes unter preußischer Führung. Die Bedeutung der Schleswig-Holstein-Frage für die deutsche Einheit kann nicht überschätzt werden. Der Konflikt diente als Katalysator für die Auseinandersetzungen zwischen Preußen und Österreich und beschleunigte die Machtverschiebung zugunsten Preußens. Die Art und Weise, wie Bismarck den Konflikt nutzte, um politische Ziele zu erreichen, zeigt seine Fähigkeit zur Realpolitik und zur strategischen Manipulation internationaler Krisen. Der Krieg von 1866 und die daraus resultierende preußische Hegemonie waren entscheidende Schritte auf dem Weg zur Gründung des Deutschen Kaiserreichs im Jahr 1871. Neben den politischen und militärischen Dimensionen hatte die Schleswig-Holstein-Frage auch tiefgreifende kulturelle und gesellschaftliche Auswirkungen. Die Idee der nationalen Einheit und die Identifikation mit einem deutschen Nationalstaat wurden durch den Konflikt gestärkt. Die Ereignisse in Schleswig und Holstein mobilisierten nationale Gefühle und schufen ein stärkeres Bewusstsein für die gemeinsame deutsche Identität. Diese Entwicklung war ein wichtiger Faktor für die spätere Akzeptanz und Unterstützung der deutschen Einigung unter preußischer Führung. Der Verlauf und die Lösung der Schleswig-Holstein-Frage bieten auch wertvolle Lektionen für die internationale Diplomatie und Konfliktlösung. Die komplexe Gemengelage von territorialen Ansprüchen, nationalen Bewegungen und Großmachtinteressen zeigt die Schwierigkeiten und Gefahren, die mit der Verwaltung und Lösung internationaler Streitigkeiten verbunden sind. Die erfolgreiche Nutzung des Konflikts durch Bismarck zur Förderung der deutschen Einigung unterstreicht die Bedeutung strategischer Planung und politischer Weitsicht in der internationalen Politik. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch eine kleine Empfehlung in eigener Sache aussprechen. Wenn du dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, empfehlen wir dir unser umfassendes Lernheft zum Thema oder direkt das Abiturheft. Mit detaillierten Texten, Hintergrundinformationen und Übungen in allen drei Anforderungsbereichen kannst du dein Wissen vertiefen und dich optimal auf Prüfungen vorbereiten. Und das Beste daran ist, dass du unser Lernheft jetzt mit einem exklusiven Rabatt von 20% erhalten kannst. Gib einfach den Code WELCOME bei deiner Bestellung ein und schon gehört das Lernheft dir. Schau gleich in der Videobeschreibung nach dem Link und sicher dir noch heute dein Exemplar. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dein Interesse. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal!